graindringlinge und herzlich willkommen zu einem schnellen quickie update video ihr habt ja mein letztes video wahrscheinlich gesehen nachdem ich mega mega frustig gewesen bin weil das neue update das sentinel update mir meinen speicherstand versaut hat und erfolgsmeldung tatsächlich wurde mein gesamter speicherstand wieder hergestellt meine ganze kohle und alles quecksilber nanit etc alles ist wieder da und tatsächlich sind auch meine ganzen basen wieder zurück in den gefühlten knapp 30 verschiedenen galaxien in denen ich mich mittlerweile rumtreibe alles wieder da inklusive aller basis computer bei den verschiedenen raumschiff ausstellungsgeländen die die spieler für uns gebaut haben für die raumschiff ausstellungs und tausch börse und somit kann ich euch jetzt also die freudige nachricht verkünden mein frust ist verflogen die zwei patches die am wochenende irgendwann raus kamen und die spät sonntagabend entdeckt habe und natürlich auch direkt runter geladen habe die haben meinen speicherstand wieder hergestellt und somit bin ich jetzt wieder ein kleines bisschen versöhnt mit hello games und kann euch sagen die raumschiff ausstellungs und tausch börse geht ab nächsten sonntag wieder weiter wie gewohnt 18 bis 19 uhr im live stream das vorspiel beginnt um circa eine halbe stunde vorher um 17 uhr 30 und dann werden wir also noch weitere ausstellungsgelände von meinen lieben lieben zuschauern und fans begutachten können in den nächsten live streams ich hoffe ihr seid zahlreich dabei wie gesagt am sonntag geht's los 18 bis 19 uhr wenn ihr teilnehmen möchtet an der raumschiff ausstellungs und tausch börse dann begebt euch auf meinen discord server holt euch die freundes codes von spielern die dort regelmäßig teilnehmen vernetzt euch mit mehreren spielern und dann könnt ihr über das hauptmenü im spiel über den multiplayer dann der entsprechenden sitzung und eures freundes beitreten und seid direkt vor ort und mitten in der action dabei ich mache es also kurz heute ich freue mich auf euch bis nächsten sonntag wünsche ich euch eine gute reise macht es gut bis dann tschüssi euer jetzt wieder gut kalaunter dragondiser haha tschau tschau